Hallo meine Liebe, Roland, Demian hier. Wie kannst du dafür sorgen, dass ein Mann dich wirklich vermisst? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn wenn du mit einem Mann eine Beziehung hast oder mit ihm auf dem Weg zu einer Beziehung bist, dann willst du, dass der Mann Gefühle für dich hat. Du willst, dass der Mann sich in die Beziehung einbringt. Er soll handeln, er soll an dich denken und vor allem soll er zu eurer Beziehung stehen. Wenn du willst, dass ein Mann dich wirklich vermisst, dann ist es wichtig, dass du die männliche Psychologie besser verstehst. Aus diesem Grund empfehle ich dir, dir dieses Video bis zum Ende anzusehen, denn du bekommst von mir drei spezielle Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Und wir gehen mit jedem Tipp immer weiter in die Tiefe. Also bleib auf jeden Fall dran. Wir Menschen und im Besonderen Männer wertschätzen am meisten das, was sie nicht haben. Und Männer lieben es, eine Frau auf ein Podest zu stellen. Und das ist sehr wichtig. Daher kommt mein Tipp Nummer drei. Wenn du willst, dass sich ein Mann vermisst, distanziere dich. Was meine ich mit Distanzieren? Mit Distanzieren meine ich nicht, dass du dich mit ihm zoffen sollst, dass du dich irgendwie künstlich rar machen sollst oder dass du ihn überhaupt nicht respektierst. Nein, das meine ich nicht. Was ich mit Distanzieren meine ist, dass du dich persönlich etwas distanzierst. Das heißt, du fokussierst dich auf dein Leben und sorgst dafür, dass sich der Mann häufiger bei dir zuerst meldet. Heißt, der Mann muss sich zeigen. Wenn du das schaffst, dann wird dich ein Mann vermissen. Denn dann wird er auch an dich denken. Stell dir mal vor, du bist mit einem Mann in einer Beziehung oder kurz davor und dieser Mann würde dir schreiben und schreiben und immer wieder schreiben. Kurz gesagt, er würde dich volltexten. Würdest du diesen Mann vermissen? Ich vermute, du würdest ihn nicht vermissen. Ich denke eher, du würdest ihn als selbstverständlich nehmen. Wenn du immer anwesend bist, wenn du immer da bist, wenn du den Mann immer zuerst kontaktierst, wenn du dich immer bei ihm meldest, dann kann dich ein Mann nicht vermissen. Und darum ist die Distanz so wichtig. Tipp Nummer 2. Sorge für Aufregung und Spannung. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Punkt. Darum sorge dafür, dass du einige besondere Momente kreierst. Einzigartige Momente. Wenn du das schaffst, besondere Momente zu kreieren, dann wird dich ein Mann vermissen. Wenn ein Mann mit einer Frau etwas erlebt, was er sehr genießt, dann will er es wiederholen. Und wenn du auch noch diese Distanz ins Spiel bringst, die ich vorher angesprochen habe, dann wird er dich erst recht vermissen. Und je mehr dich ein Mann vermisst, desto mehr bekennt er sich zu eurer Beziehung. Und es ist ganz einfach, etwas Besonderes zu kreieren. Es muss nichts Außergewöhnliches oder Großes sein. Du musst es einfach nur umsetzen. Darum, nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreib dir auf, was du mit dem Mann tun willst. Denn das, was du zu bieten hast, das wird er als neu empfinden. Dadurch hat er das Gefühl, mit dir neue Aktivitäten zu erleben und neue Erlebnisse zu haben. Und dadurch wird er dich umso mehr vermissen. Tipp Nummer 1, mach mit ihm nicht nur das eine. Damit meine ich, dass du mit ihm nicht nur im Bett landen sollst. Und vielleicht denkst du dir jetzt, Herr Roland, diesen Tipp kenne ich doch schon längst. Und vielleicht erscheint dir dieser Tipp auch gar nicht allzu wichtig, aber er ist es trotzdem. Darum pass bitte auf. Ich sehe das bei so vielen Frauen in meinen Coachings. Sie lernen einen tollen Mann kennen und innerhalb der ersten Wochen sind sie mit dem Mann ständig in Kontakt. Sie telefonieren, sie schreiben sich und sie sehen sich relativ häufig. Und was passiert dann? Der Mann zieht sich zurück. Und dann höre ich so Fragen wie, Roland, was soll ich tun? Ich habe das Gefühl, der Mann nimmt mich für selbstverständlich und er verliert sein Interesse an mir. Und meine Frage lautet dann, wie oft siehst du den Mann, ohne mit ihm im Bett zu landen? Und dann kommt die Antwort, naja, fast nie, denn die Chemie zwischen uns und die Intimität, die ist so schön. Ich fühle mich einfach gut. Ja, und der Mann nimmt dich als selbstverständlich, weil ihr euch nur auf das Bett beschränkt. Das heißt jetzt nicht, dass ich etwas dagegen habe, dass du mit ihm ins Bett gehst. Aber wenn du willst, dass ein Mann dich vermisst, dann gib ihm nicht immer alles, was er will. Verrückt, oder? Aber es ist so. Stell dir mal vor, du wärst am Verhungern und ich würde dir Essen geben. Dann wärst du irgendwann mal satt und zufrieden und du würdest das Essen nicht mehr brauchen. Und genau so ist es in der Liebe. Wenn ein Mann mit dir ins Bett will und du gibst ihm das, sowie noch zusätzlich deine Aufmerksamkeit, deine Liebe, deine Zuneigung, deine Zeit und deine Energie, was wird dann passieren? Er wird dich nicht mehr so sehr brauchen. Anders ausgedrückt, er wird dich nicht vermissen. Und vielleicht hört sich das alles verrückt für dich an, weil du das nicht gelernt hast von Hollywood, von Walt Disney, von der Gesellschaft. Aber ich bin jetzt da, um es dir zu sagen, als dein Coach. Wenn du willst, dass dich ein Mann vermisst, dann gib ihm nicht immer alles, was er will. Und dann machst du einen Mann verrückt nach dir. Und um diese Tipps auch richtig umzusetzen, ist es wichtig, dass du zur besten Version deiner selbst wirst. Dann musst du keine Spielchen spielen und es wird sich mit der Zeit auch authentisch anfühlen, dass du einem Mann nicht immer gibst, was er will. Wenn du jedoch Angst hast, den Mann zu verlieren, dann wird irgendwann mal die Angst das Ruder übernehmen und die Angst wird anfangen, dich zu steuern. Das bedeutet, du wirst aus einer schwächeren Version deiner selbst handeln. Und das ist nicht gut. Und bevor du wieder nur versuchst, diese Tipps umzusetzen, statt sie tatsächlich umzusetzen, lade ich dich herzlich ein, dich bei der Umsetzung von mir unterstützen zu lassen. Und ich weiß, dass es oft an der Umsetzung scheitert, obwohl sich alles ziemlich schlüssig anhört. Das haben mir schon so viele Frauen bestätigt. Und hinzu kommt, dass ich in diesen Videos nicht so sehr in die Tiefe gehen kann, wie in meinem Coaching-Programm. das über einen längeren Zeitraum läuft. Und wenn du irgendwo jetzt in dir spürst, dass es für dich nicht mehr so weitergeht, dass du dein Liebesleben auf das nächste Level bringen willst, um keine Zeit mehr zu verschwenden, dann bewirb dich jetzt für mein Coaching-Programm. In einem absolut kostenfreien Beratungsgespräch mit jemandem aus meinem Team oder vielleicht auch mit mir, schauen wir uns deine Situation an und du erfährst dann, ob du zu meinem Coaching-Programm passt, in dem ich dich persönlich betreuen werde. Also, wenn du jetzt Interesse an diesem kostenfreien Beratungsgespräch hast, mach jetzt bitte Folgendes. Klick dir auf den Link unterhalb dieses Videos oder auf dieses Banner hier oben. Du wirst dann auf einen Fragebogen weitergeleitet. Diesen füllst du bitte sorgfältig aus und schreibe gerne auch dazu, warum du denkst, dass du zu meinem Coaching-Programm passt. Wenn du diesen Fragebogen ausgefüllt hast, werden wir automatisch benachrichtigt, dass du den Fragebogen ausgefüllt hast. Und dann wird, wie gesagt, sich jemand aus meinem Team oder vielleicht auch ich mich bei dir melden. Bitte bedenke, dass die Anzahl der Beratungsgespräche, die wir annehmen können, beschränkt ist. Darum handle jetzt. Wie gesagt, auf den Link unterhalb dieses Videos klicken oder auf diesem Banner hier oben. So, und nun bedanke ich mich herzlich, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, hinterlasse mir einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Und ich freue mich sehr, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und sage, alles Liebe, dein Roland.